Im Gegensatz zu den neuen haben die alten Steine eine raue Oberfläche, in welche das Wasser sickert, anstatt sofort zu verdampfen. Die raschen Temperaturschwankungen, bedingt durch den Aufguss, verursachen, dass der Stein spröde und leicht brüchig wird. Die neuen Steine werden leicht auf die Heizstäbe gelegt, damit sich die heiße Luft ideal zwischen den Steinen verbreiten kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017